Wie gefällt dir der Event so bisher? Das ist super. Habt ihr super Speaker bisher, also super Informationen, die man mitnehmen kann. Abwechslungsreich. Und was nimmst du so mit nach Hause bis jetzt? Sind schon Sachen mit dabei gewesen, wo du sagst? Es ist immer, die Informationen sind ja allgemein bekannt, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt an einem Roger war es immer super, nochmal ein bisschen tiefere Insights zu bekommen von den einzelnen Unternehmen, die hier sind. Ja.